Musik Am 18. Oktober wählt die Bündner Bevölkerung wieder ihre Vertreterinnen und Vertreter für Bern bei den National- und Ständeratswahlen. Der Nationalrat hat 200 Sitze. Diese werden nach Bevölkerungszahl auf die Kantone verteilt. Graubünden hat Anspruch auf fünf dieser Sitze. Der Ständerat hat 46 Mitglieder. Jeder Kanton schickt zwei Vertreter in die kleine Kammer. Mit Ausnahme der Halbkantone, diese haben jeweils einen Sitz. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind gut beraten, sich Gedanken zu machen, wen sie nach Bern entsenden möchten. Man darf nicht vergessen, dass viele Entscheidungen, die in Bern gefällt werden, die Kantone ganz direkt betreffen. Und entsprechend ist es auch wichtig, dass die Kantone in Bern vertreten sind. Und möglichst gute, möglichst starke Vertreter nach Bern entsenden können, damit diese dann auch die Entscheidungen in ihre Richtung, in ihrem Interesse beeinflussen können. Die nationalen Wahlen bedeuten für den Kanton viel Vorbereitungsarbeit. Diese beginnt mit dem Wahlanmeldeverfahren. Die Nummerierung der Listen wird von der Standeskanzlei ausgelost. Dann werden die Wahlunterlagen produziert, Parteien und Gemeinden werden instruiert und die E-Voting-Abstimmung für Auslandschweizer wird vorbereitet. Es sind zwei Aspekte, die den Kanton Laubünden fordern. Es ist einmal der organisatorische Aspekt, weil sehr viele Beteiligte zusammengeführt werden müssen, damit die Wahlen erfolgreich durchgeführt werden können. Daneben sind es technische Herausforderungen. Es gilt ein elektronisches Wahlsystem zum Funktionieren zu bringen in 125 Gemeinden, welche die Ergebnisse erfassen und übermitteln. Dazu werden die Gemeinden speziell geschult und ein Testlauf wird durchgeführt. In diesem Tisch ist Gemeindeschreiber Andri Hendry für die Wahlen zuständig. Die Elektion des Nationalen und des Standskanzlei und des Standskanzlei sind für mich eine spezielle Anforderung und interessante Frage, die sich in 2014 verabschiedet wird. Mit der Elektion des Nationalen und der System der Proporthy sind die einzigartige Anforderungen. In der SDP-Kanzlei sind die Einwohner und die Einwohner. Und für mich sind die Einwohner-Bürohlektoren in einer speziellen Anforderung. In Puschiavo setzt der Gemeindeschreiber Nikola Passini auf eine gute Vorbereitung. Per il Comune di Poschiavo l'elezione nazionale significa un periodo intenso di preparazione, pianificazione e organizzazione fino nei minimi dettagli sullo svolgimento dello spoglio, il rilevamento e l'emissione nel sistema delle singole schede. Ciò implica la nomina di un ufficio elettorale ad hoc e di milizia, organizzando la rispettiva formazione di base dei singoli membri di questo ufficio. Il obiettivo è quello di assicurare uno scrutinio rapido e esatto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS